ja hallo leute willkommen bei bushcraft and nature heute zu einem weiteren video aus der reihe bushcraft praxis da zeige ich ja immer so tipps und tricks ja und heute möchte ich euch zeigen wie er ganz einfach aus einem regen poncho den man fast immer dabei hat oder ich zumindest und ein stück paracord ein windschutz für die hängematte bauen kann ja ihr wisst ja dass ich ein großer poncho fan bin eben weil er so vielfältig einsetzbar ist zum wassersammeln als notunterschlupf oder eben als regenschutz ja und diesen poncho habe ich eigentlich immer mit dabei und ich möchte euch heute einfach mal noch eine simple möglichkeit zeigen was ihr mit dem poncho noch machen könnt wenn ihr mit der hängematte unterwegs seid ja wer kennt es nicht leichtes t shirt hier schönes wetter ich gehe raus hängen mich schön in meine hängematte hier und abends wird es dann leicht fröstlich man hat nicht unbedingt immer noch eine dicke jacke mit und meistens ist es aber der wind der ein ja aus kühlt und ich zeige euch jetzt wie er mit eurem poncho eine art windschutz machen könnt um euch vor dem kalten wind zu schützen ja wie ihr seht habe ich meine hängematte hier schon mal aufgebaut da hängt meine ausrüstung ja und hier vorne ihr seht habe ich noch ein tipp für euch wenn ihr solche pack säcke habt von den baumgurten oder vom kopfkissen könnt ihr die wunderbar hier mit in den karabiner klicken a kann euch das leichte material nicht wegfliegen wenn wind aufkommt und b habt ihr hier noch mal zusätzlichen stauraum da könnt ihr dann auch noch mal was rein machen aber das ist nur so ein kleiner tipp am rande nebenher ja wie gesagt ihr braucht dann so einen handelsüblichen regen poncho ich packe den jetzt einfach mal aus hier schnell so wenn ihr ihn ausgepackt habt habt ihr ihn hier normalerweise so und macht ihn dann an den seiten zu das machen wir nicht wir nehmen den poncho der länge nach das heißt so hier dann machen wir alle mieten zu der länge nach müsst das hier umfalten sonst passt es nicht zeigt das noch mal hier von nahm also normalerweise würde der poncho ja so aufeinander liegen da klipsen aber die nieten nicht das heißt ihr müsst ihn hier einmal auf einer seite so einfalten und dann könnt ihr ihn zusammen klipsen geht auch relativ gut wenn er erst mal umgeschlagen ist und da macht ihr den wie gesagt auf der ganzen länge zu dass ihr so ein richtigen schlauch bekommt hier hinten haben wir wieder unsere abspannösen ich habe den poncho jetzt mal auf dem boden ausgebreitet damit ihr das mal seht also wenn ihr alles richtig gemacht habt sieht der poncho jetzt so aus und zwar hat er noch die halbe breite ist der länge nach zu geknöpft hier links ist die seite mit den druckknöpfen da ist er jetzt verschlossen da rechts hat noch die kapuze die müssen wir jetzt noch zu binden die ziehe ich einfach zu hier und wickel dann die kordel hier paar mal rum und mach einen knoten so das sollte reichen dann ist das hier schön verschlossen das passt jetzt gerade jetzt kommt hier direkt noch wind auf ist ja super für die demonstration ok jetzt haben wir den poncho zusammen jetzt nehmen wir uns den poncho und stülpen uns den hier über den arm dass wir da einmal durchkommen wenn es geht nach möglichkeit nicht so stark verdrehen ich orientiere nämlich jetzt hier an der nieten leiste dies jetzt oben so und dann schnappe ich mir hier das stück mit der nieten leiste und fädel das hier über den baumgurt so dazu hänge ich hier den baumgurt kurz aus steck den karabiner hier mit durch und hänge das ganze hier wieder ein so jetzt ist der poncho über dem baumgurt ok der poncho liegt drüber jetzt kann ich das ganze hier noch über die hängematte ziehen ich mache so dass die kapuze oben ist das heißt die nieten leiste ist jetzt unten dadurch ist der hier oben mehr geschlossen sonst wird hier oben die luft reinkommen oder entweichen der poncho ist jetzt über der hängematte jetzt müssen wir den eigentlich nur noch befestigen hierbei ist aber wichtig dass die seite wo wir den poncho festmachen und zu ziehen natürlich die seite ist von der der wind kommt weil sonst habt ihr natürlich keinen schutz ich habe jetzt hier ein paar kurzstück so circa drei meter also ich denke doppelt ist es meter fünfzig das stecke ich jetzt hier unten ganz einfach durch die beiden ösen von dem poncho so und gehe dann hier hoch und fahrt so das ganze steckt hier praktisch durch die schlinge dann kann ich hier schön zu ziehen und mit dem anderen ende zum fest bin gehe ich dann noch mal hier oben durch die mittelste öse und dann kann man das schön zu ziehen so so sieht das ganze jetzt aus hier gehen die beiden in paracord durch die öse die mittelöse vom poncho ja was wir jetzt noch machen müssen ist eigentlich nur noch zu ziehen hier dann gehe ich hier unter der hängematte einmal durch so machen knoten ziehe das fest sicher dass auch mit einer schlaufe das was nachher besser auf bekommen zum lösen so und jetzt ist der poncho an der seite hier verschlossen zu und fixiert wenn es fertig ist sieht das ganze dann so aus da ist die ecke die festgebunden ist hier hängt unser poncho und geht dann so hier über die hängematte wie ihr seht hier die kapuze ist oben und unten ist die leiste mit den nieten ja und fertig ist der windschutz für unsere hängematte wenn ich jetzt einsteigen möchte bräuchte du es den poncho hier nach oben verschieben dann kann ich hier in die hängematte so und nehmen wir hier das ende von dem poncho ich ziehe mir das hier über den körper das heißt ich bin jetzt hier verschlossen der wind kann nicht mehr angreifen also ich habe schon ausprobiert im herbst das bringt wirklich einiges ihr könnt auch hier noch mit wenn ihr schafft über die schultern ziehen so dann könnt ihr hier schön drin liegen übrigens habe ich den poncho extra nicht hier am karabiner fest geknotet sondern hier unten an der hängematte da der poncho eh schon recht kurz ist für die länge und euch sonst noch ein paar zentimeter verloren gehen die nicht sein müssten und wenn das hier drum knotet ihr seht wie dick die hängematte ist also hier kann der nicht drüber rutschen ja das war der windschutz aus dem regen poncho für die hängematte das war der buschkraft tipp für heute ich habe damit wirklich sehr gute erfahrungen gemacht auch einige leute werden jetzt sagen ja was soll das mit dem poncho der ist ja überhaupt nicht gefüttert das bringt ja überhaupt nichts unterschätzt diesen effekt nicht also jeder der schon mal im regen im sturm ein poncho übergezogen hat der wird gemerkt haben wie viel wärme das doch noch mal zusätzlich bringt weil einfach der wind euch die wärme nicht aus den klamotten holt also ich habe im herbst wirklich schon bestimmte stunde länger liegen können nur durch den poncho wo ich sonst hätte abbrechen können gerade in notfallsituationen ist das natürlich auch noch mal ein plus ich meine gut da sind wir nicht mehr im komfortbereich aber immerhin ist es auch noch ein schutz gegen regen nützt es natürlich nichts weil es euch dann oben rein läuft ist klar das ist nicht dicht das läuft hinten rein aber gegen wind und sturm könnt ihr euch damit wunderbar schützen ja ich hoffe es hat euch wieder gefallen dann würde ich sagen bis zum nächsten mal macht's gut euer detlef ciao tschüss ciao